Im Englischen gibt es eine Konstruktion, die zwar schon sehr lange existiert, die aber genauso lange von der Sprachkritik als falsch angesehen wird und von dessen Gebrauch auch heute noch einige Sprachratgeber abraten. Das ist der sogenannte Split-Infinitive, bei dem der Infinitiv vom Infinitiv-Marker getrennt ist, wie im berühmten Star Trek-Opener To boldly go when no man has gone before oder To openly criticize oder to really think. Angenommen, Sie wollten der sprachwissenschaftlichen These nachgehen, dass Split-Infinitivs eine andere Funktion bzw. eine andere Bedeutung haben, dann bräuchten Sie zunächst Belege der Konstruktion aus dem Sprachgebrauch. Das wollen wir hier mal tun. Überlegen wir also, woraus die Konstruktion besteht und was in ihr vorkommen kann. Das ist in diesem Fall recht einfach. Der Infinitiv-Marker to, gefolgt von einem fürs erste nicht näher bestimmten Slot, gefolgt von einem Verb im Infinitiv. Hier gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, das in eine Abfrage umzusetzen. Für den ersten Slot kommt hier nur to in Frage, also können wir das auch direkt so eingeben. Und wenn wir uns ganz grob nähern wollen, dann lassen wir den zweiten Slot mal gänzlich unbestimmt und geben den Match-All-Ausdruck, Klammer auf, Klammer zu, ein. Danach folgt ein Verb im Infinitiv. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit zu sagen, dass hier einfach ein Verb stehen soll, also class ist gleich Verb, Klammer zu. Schauen wir mal kritisch auf die fast 6000 Ergebnisse und dann wird sofort klar, dass unsere Suchabfrage viel zu grob war, weil fast nichts von dem, was gefunden wurde, auch eine Instanz der Konstruktion ist. Das sieht man sofort daran, dass die meisten Verben, die gefunden wurden, keine Infinitive sind. Also hier sollten wir auf jeden Fall auf Infinitive eingrenzen. Im BNC-Tagset haben Infinitive einen von vier möglichen Tags. VVI für Vollverbinfinitive, VBI für B im Infinitiv, VHI für have und VDI für do. Wir können also aus der groben Suche nach Verben eine feine Suche nach Infinitiven machen. Ändern wir also die Abfrage im letzten Slot in eine Suche nach POS-Tags. Und weil sich die vier Tags, die in Frage kommen, nur an der zweiten Position unterscheiden, können wir hier auch reguläre Ausdrücke einsetzen. POS ist gleich V Punkt für irgendeinen Buchstaben I. Da kommen wir dem Phänomen schon näher. Schon der dritte Treffer ist ein Beleg der Konstruktion, to jointly improve, und auch der fünfte, to meekly accept. Aber immer noch sind viele Treffer, die kein Beleg sind. Die meisten, weil sie Interpunktion enthalten, aber auch wie hier, weil sie im zweiten Slot ein Verb haben. Also könnte man sich fragen, wie man den zweiten Slot spezifiziert. Die Belege, die wir schon gefunden haben, scheinen häufig auf li zu enden. Also könnte man den Slot natürlich so formulieren, dass nur Strings gefunden werden, die auf li enden. Das wiederum würde aber Belege ausschließen wie to either hate. Was wir offenbar alle Belege gemeinsam haben, ist, dass an dieser Position ein Adverb steht. Also modifizieren wir diesen Slot und schränken ihn ein auf class ist gleich ADV. Dann bleiben immerhin 115 Treffer übrig. Und wenn wir so durch die Liste spazieren, dann sieht das tatsächlich so aus, als hätten wir eine recht hohe Präzision erreicht. Also dass das gefunden wurde, auch tatsächlich das ist, was man finden wollte. Das Gegenstück zur Präzision ist der sogenannte Recall. Habe ich auch weitgehend alles gefunden, was ich finden wollte. Mit anderen Worten, könnte es sein, dass meine Abfrage einen Großteil der Belege der Konstruktion nicht berücksichtigt hat. Natürlich wissen wir nicht, wie viele Belege meiner Konstruktion im Korpus tatsächlich sind, weil wir sie ja nicht gefunden haben. Aber wir können natürlich überlegen, dass zwischen to und dem Infinitiv mehr als ein Adverb steht. Dafür können wir natürlich die Wiederholungsoperatoren einsetzen, um den Adverb-Slot ein- oder mehrmals zu wiederholen. Die Wiederholungsoperatoren wie plus, Sternchen oder Fragezeichen werden in der Klammernotation übrigens hinter die Eckklammer gesetzt, weil sie sich ja auf das ganze Token beziehen. Das Sternchen ist hier eher ungeeignet, weil es natürlich auch Infinitive finden würde, die dem TIR direkt folgen, also wo kein Adverb dazwischen steht, weil das Sternchen ja sagt, Slot kann auch gar nicht besetzt sein. Und siehe da, da finden wir jetzt 116 Treffer. Das ist einer mehr als vorhin. Welcher das ist, da muss man jetzt ein bisschen suchen, aber, 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 hier unten, da ist er. Ein Treffer mehr bei über 100 Treffern scheint jetzt nicht unbedingt ein großer Verlust in Recall zu sein, aber es sollte uns daran erinnern, dass wir immer schauen müssen, was wir übersehen haben könnten. Also mal ein bisschen drüber nachdenken, was hätte noch gefunden werden müssen. Gerade Adverbien sind übrigens öfter mal so ein übersehenes Material. Das gleiche gilt übrigens für Interpunktionen, aber damit können Sie in Ruhe selbst ja mal ein bisschen rumexperimentieren.